Hier unsere Kabine. Ein Hündchen, wo unsere Fernbedienung hält. Ein Elefant. Ein Elefant? Ich würde sagen, ein Hündchen mit Schlappohren. Oder? Und das Licht. Grüssel hat ja nur einen kleinen, aber auch keinen langen Grüssel. Ist doch die eine Pfote. Es könnte auch eine Krankenschwester als Hund oder eine Nonne als Hund verkleidet sein. Oke? Dann würde ich noch ein Hündchen einhalten.